Baden ist eine wunderbare Kulturlandschaft zwischen Schwarzwald, Rhein und Bodensee. Die einzige Region in Deutschland mit einem Klima vergleichbar mit dem Burgund. Und das einflusst natürlich den Weinbau. Der Badener ist geprägt durch diese Landschaft. Er ist genussfreudig, er hat eine große Lebensfreude und genießt es, in seiner Heimat zu leben. Meine Familie ist mindestens seit 1112 hier im Badischen unterwegs und fühlt sich als Teil dieser Kultur und Tradition und hat hier auch über die Jahrhunderte einen Beitrag geleistet, um eine Weinkultur zu schaffen, die wirklich was Besonderes ist. Im 18. Jahrhundert hat mein fünffacher Urgroßvater Karl Friedrich den Riesling eingeführt. Mein Urgroßvater, Prinz Max, hat hier auf seinen Gütern erstmals den Melotoga am Bodensee angepflanzt. Größer ist ja nicht alles, aber wir zählen tatsächlich zu einem der größten Weingüter in Deutschland mit Lagen am Bodensee und in der Ortenau. Der Bodensee ist eine Gletscherlandschaft. Diese alpinen Strukturen schaffen frische, filigrane und fruchtige Weine, die sich entwickeln können. In der Ortenau sind die Granitverwitterungsböden verantwortlich für eine sehr differenzierte Mineralität und Eleganz. Wir versuchen natürlich höchste Qualität zu erzeugen, aber ich glaube, dass es uns wichtig ist, darüber hinaus unsere ganze Tradition und die Schönheit unserer Landschaft und unsere besondere Kultur mit in die Flasche zu bekommen. Wir versuchen, ein Kulturprodukt zu erzeugen. Wir sind im Weingut alle Handwerker und auch ein bisschen Künstler. Sicherlich steht immer im Vordergrund das Streben nach Qualität. Wir erreichen unsere Qualität durch unsere lange Tradition und natürlich durch innovative Methoden und auch einen sehr behutsamen Umgang mit dem Wein und den Trauben. Unser Sortiment ist aufgeteilt nach den VDP-Richtlinien. VDP, der Verband Deutsche Prädikatsweingüter, hat eine eigene Klassifikation. Die Gutsweine im Einstieg, dann die Ortsweine, dann die Weine aus erster Lage und dann die großen Gewächse aus großer Lage. Meine Familie hat sich vor mehreren Jahrhunderten das Motto Fidelitas, Treue, Verlässlichkeit gegeben und das ist auch unser Anspruch heute und in Zukunft. Wir möchten verlässlich hohe Qualität erzeugen und damit Treue zu unseren Traditionen, aber auch zu unseren Kunden demonstrieren. Demonstrieren